Nächste, ja, was kann ich denn so kommen? Noch, äh, drei... Und er ist so schnell, oh mein Gott. Zwei, oder so. Ja, danke. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Nenn mich Jesus, oder so. Ich hab's geschafft. Es kommt schon die erste Welle. Ähm, nein. Du willst mich echt nicht Jesus nennen? Nein. Hast du das gut überlegt? Ja. Kann der nicht auch hinter sich springen, oder so? Scheiße. Also, wir kommen wieder zu meinem ersten Gedanken. Scheiße, ich werde sterben. Das war eine beschissene Idee. Wir werden sterben. Aber sowas von. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sehr wir sterben werden. Das ist schon nicht mehr feierlich. Wie sehr kann man denn überhaupt sterben? So sehr, dass es erniedrigend ist. Nein, da gehst du nicht hin. Bitte? Der ist doch schon tot. Komm schon. Fall nieder. Danke. Jetzt kann ich den da wegnehmen, obwohl er eigentlich viel zu teuer war, um den wegzunehmen. Aber was sein muss mit sein, ne? So. Jetzt kann ich jeweils schon Zünderholz hinsetzen, denke ich. Obwohl gleich die erste Welle ist. Oh mein Gott, ich habe nur zwei Pflanzen zur Verteidigung stehen, die zwar alles abdecken, aber trotzdem. Schlecht, schlecht. So. So. Das ist doch gut, wenn ich ein bisschen Zeit nach vorher habe. So. Business, ich setze die ins Wasser. Womit ich jetzt die eine Hälfte komplett abgedeckt habe. Die andere Hälfte noch gar nichts hat. Okay. Okay. Komm, setz ihn da hin. Gut. Mandy? Ja, was willst du? Ich dachte, Sky ist abgekackt. Nee. Weil du gar nicht mehr mit mir schnacken wolltest hier. Ja, du, ich dachte, ich habe auch mal Besseres zu tun, als hier 24-7 vom PC zu sitzen und mit dir zu reden. Du musst nicht lügen. Und das muss ja auch nicht feinlich sein. Also, es gibt bestimmt vier Menschen so. Ey, wenn ich diese Runde nicht verliere, ne, dann, boah, weißt du, wie schlecht das für mich steht? Nein, bestimmt nicht. Ich guck. Na, geht doch noch. Nee, geht nicht. Ah. Alles läuft mir hier drüber und so und, oh, hammerschlimm, hammerschlimm, oh. Hammerschlimm, komm, gib mir irgendwas, dass ich den weghau. Danke. Bams. Ja, au, den weg. Danke. Ey, wenn ich mehr Sonnenlicht hätte, wäre es ja alles kein Ding hier, ne? Ja, zu wenig Sonnenlicht. Zu wenig Sonnenlicht. Los, gib mir mal Sonnenlicht. Ja, da hat jemand Geld, wollen das nicht? Ich übersehe immer bestimmt die Hälfte des Geldes, was mich selbst total aufregen würde als Zuschauer. Aber, ach ja. Oh mein Gott. Jetzt müsste ich es eigentlich... Willste machen, was willst du machen? Was willst du machen, was willst du machen? Muss ich denn so wegkauen? Nee, wirklich leid, so. So, jetzt kommt da ein Zunderholz hin, das soll dir nachher helfen, hier auf den letzten Metern. Nee, du futterst mein Zunderholz weg, dann futter ich dich weg. So, jetzt zieht den runter und... Ja, ja, hier, komm, hol beide weg. Ich habe einfach zu wenig Sonnenenergie-Moment. So, komm, gib mir mehr, gib mir mehr. Ich werde sowas von draufgehen, ich habe gerade mal eine Welle überlebt und jetzt kommt die nächste, ne? Und ich erwähne es ja nur, Unge, aber ich habe immer nur noch zwei Pflanzen zur Verteidigung. Sterben! Hab ich gehört. Hoffentlich nicht, echt. Hoffentlich. Oh nee, jetzt wo ich dieses Ding da hinsetzen muss, komm, mal den Weg, hol dir einfach weg, so. Ich habe ja fast genug zusammen gehabt, um da ein neues Ding hinzusetzen, ne? Komm, gib mir mehr, mehr Sonnenlicht, mehr Sonnenlicht, bitte mir helfen, nicht zu sterben. Ja, es sieht einigermaßen gut aus, aber ich wüsste nicht, an welchem Platz ich da stehen sollte, wenn ich mehr habe. Äh, es können beide Seiten... Ach, Gott sei Dank, ich kann einen hinsetzen. Hallöchen! Tschüss! So, kommst du weg. Der kommt da wieder hin, hör auf ihn anzuknabbern. Oh nein, oh nein. Sitze jetzt einfach direkt vor dir dieses Ding, oder mach ich? Wenn die da beide ein bisschen weiter durch sind, merke ich die in die Luft, so. Hier, Bams. Oh, jetzt hab ich mir den einladen. Nein! Das ist da eben noch so. So, jetzt hab ich wieder mal kein Money für nichts. Arm, wie ich bin. Ich leite hier wirklich unter dieser Sonnen-Node. Komm, hau dir jetzt wirklich. Einfach nur wegkauen, einfach nur wegkauen. Hier, weg mit dir. Wollen wir nicht von dem wegfressen zu lassen. Ach ja, komm, verarsch mich nicht. Ne, ich ersetze den jetzt erstmal... Oh. Ist klar. Ne, bevor ich jetzt irgendwas anderes setze, setze ich den erstmal dahin. Komm schon. Nur noch eins. Oh ja, ich lass ihn da jetzt. Ne, äh... Äh, da, Kirsche. Kann er weg, danke. Oh Mann. Schaff ich das? Oh nee. Es kommt gleich noch ne Welle und ich versinke grad voll im Chaos, ne? Ja, kann man ja, ne? Oh Gott. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Oh nee, jetzt nicht noch so einer. Ich hab keine Dings da zum Verteidigen. Oh, ich raste auf. Oh, wenn er mir ne eine Sache umfährt, ne? Boah, das hat mir grad noch gefehlt. Das hat mir... Bitte. Oh, danke. Es ist explodiert, bevor es was zerstören könnte. Oh mein Gott. Was ist denn da so ein Ding? Ich bin ähnlicher, du, ich... Ach du. Ich, hier komm. Unter der Judennase. Danke. Ach ja, es ist... Ich hoffe das nicht. Boah, jetzt kommt gleich noch ne Welle, ne? Ich schwöre, ich geh toter, ich geh toter, ey. Ich sterbe doch sowas von. Das will ich sehen. Da lohnt es sich doch wieder zuzugucken. Ja. Weg mit dir. Ich mach jetzt nur alles Erdenkliche, was man tun kann, um mich noch ein bisschen zu retten. Komm schon. Ich brauch das hier, hau den weg. Ach nee, jetzt knabbert er das an. Scheiße. Ich hab doch tatsächlich taktisch umgeflogen. Kann man da wachen, man kann die da hinsetzen. Ach nee, das wird ja auch nichts. Scheiße. Was mach ich hier? Augen zu und durch, ne? Entweder es klappt jetzt oder es klappt nicht. Oh, ich hoffe wirklich, es klappt, weil... Keine Lust. Boah, es hat geklappt. Ja, ich bin gut. Oh, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Oh, ne Riesenkartoffels. Ja, ne Riesenkartoffels. Hochwalnuss. Hochwalnuss. Massive Nauer... Massive Mauer, nicht Nauer, die nicht übersprungen werden kann. Willst du mit mir schnacken? Nee, Donald. Ähm, wir nehmen die Sonne... Mit dir will niemand reden. Danke, danke. Sie ist ein, sie ist ein. Geh doch weg, geh doch weg. Kann man vielleicht das, das nehmen? Das nehme ich dann nicht, Donald. Damit wieder die ersten Sachen überbrücken und die anstatt der kleinen mitnehmen und die wirklich für den Notfall nochmal mitnehmen. Dann passt das schon alles. Da habe ich noch die Links, ja. Ähm... Los geht's. Oh, ich weiß jetzt schon, dass diese Runde nichts wird. Ich weiß es einfach. Äh... Ich weiß es. Diese Runde wird nichts. Ich hab's... Ich hab's doch am Kaffee. Ja, bitte gib mir ein bisschen Vorbereitungszeit. Sei zu gütig für mich. Komm schon. Ja, gib mir Sonne, gib mir Sonne, gib mir viel Sonne, aber auch bloß viel Sonne. So, die Dings mit ist... ...fürwärtschen. Damit die schnell wieder aufgeladen sind. Äh, das wird doch nichts. Das wird... Das wird nie was, was ich vorhabe. Ich will jetzt mit den Matschkürbissen verteidigen, bis ich die, äh... Triplenator-Teile da setzen kann. Das wird doch nichts. Das... Das wird doch nichts. Mann, das muss was werden. Nein, er kommt zu nah. Bring ihn weg. Das wird... Das wird doch nie im Leben, Bud. Aber wenn das nicht wird, dann ist... Da, danke. Das ist mir schon mal auf einer Seite, die Furcht genommen auf einer Hälfte spielt. Die andere wird jetzt qualvoll untergehen. Das ist ja auch schon kommen. Mann. Äh, ich hab's rumgefühlt, das war eine schlechte Idee. Wird nicht aufgehen. Wo ist vor dem Weg? Sein, ich komm jetzt nochmal auf 325. Bis hier...